ich habe meinen skill gelernt und kann ich glaube ich nur ein mini-wunsch kicken ja dann krieg ich sie umkicken gefunden ranger power 17 viel spaß kennst das doch mal es droppt immer nur hand dazu aber das kann ich wieder ich trage bei power 17 aber ich habe nur auf fünf aber jetzt durch level 29 oder auch ausrüstung sie bis jetzt bin ich das spiel richtig geil oder so ein schock wo Das ist auch noch so ein Molon besser. Das ist ein großer Schokobutter. Gut, Lama. Lama ist eine Bosse. Lama ist eine Bosse dran. Ich verstehe viel. Lama ist eine Bosse dran. Es ist eine Jeremiah. Die große Bosse ist denn einer? In dieser Stelle habe ich eine riesige Bosse drin. aber die gruppe da können wir vielleicht chasen mal gucken welche die läuft in den berg hoch ich glaube der hat hinterher weiß halt nicht ob die vielleicht freundlich sind nein die sind freundlich die ganzen lamas hier rechts vielleicht töten ja und hier sind auch crows weil ganz viele cross und die töten wir müssen wir töten können damals und sie fliegt kaputt zerstört gott möchte ich auch nicht an warum laufen wir jetzt eigentlich noch zu tun aber nach wien kann man nach westen das war schon fast 100 x auch keine ahnung ob wir das hier annähernd effizient machen oder so das ist ein lagerfeuer das ist irgendwie mit orangen er kommt 70 ja ich hab auch gehittert für 70 der ist eine biene 2 6 bei Wow! Das macht gar keine Chance. Oh mein Gott! Der haut gut raus, ne? Pass auf, dass ihr den zweiten nicht noch holt. Der glattert auf den Baum. Und ich kick ihn auch gleich nochmal. Das ist die beste Chance, glaube ich. Ich bin tot. Okay. Ich bin kaputt. Hier läuft doch nicht direkt um mich. Ich habe einen Range. Ich muss nicht so nah. Hör auf! Oh oh, da kommt ein Radieschen hinter mir. Dann machst du tot. Oh Gott. Moorwasser, ein Radieschen ist klar! Hör auf! Lauf, Mann! Ich hoffe es nicht. Können wir nicht den Beiter wenig ohne Tod machen? Ich esse hier... Hör auf! Der Beiter ist auch wieder da! Der ist gerettet! Der ist gerettet! Der ist gerettet! Oh scheiße, 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 scheiße! Hilfe! Der ist schon ganz weit weg! Nein! Der Beiter! Au! 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 Oh, ganz! Ich habe mich umgeschlagen! Hendrik, schieß runter! Nimm mal! Voll verwirrt! Oh, die kommen hoch! Die kommen hoch! Die kommt zu mir! Ich bin bei Lukas gespawnt! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich bin tot gleich! Uah! LoL! Was denn da zerplatzt? Boom! Tot! Ich habe sie alle drei gekillt, nur noch das Vieh! Hilfe! Sie ist unterwegs! Alex, warte mal für Hendrik da! Ja! Alter, ich habe keinen XP bekommen für die Redischen jetzt! Ich habe sie alle gewonnen mit einem Schlag! Ich habe sie gepult, ja? Was ist denn der für ein Schaden, ey? Dieser Jump, den kann ich aber nur alle acht Jahre mal nutzen, ich weiß es nicht! Der macht 80, 70, irgendwas! Mein Ding auch! Okay! 40 hat jetzt an dem gemacht, weil der aber auch so flauselt! Ah, bei denen nur 35, ich glaube! Oh, pull meiner! Hätte mal an, freue ich die Akku irgendwie! Ich bin auch fast down! Du hast mehr Leben als ich! Ich wucht es! Ist sie gerade! Wir sind jetzt da hinten wie so ein Opfer! Nein! 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 Das ist eine WP! Die haben es nicht gewusst! Wir haben es aufzurecken! Oh, Mann ey! Und WP, nice! alter diese anderen das ringe so lecker sie ablutschen ich kann mittlerweile auch pimpkin pumpkin muffins machen mit pumpkins ja irgendwie kann man da nicht zu machen weil mir überall irgendwas fehlt da brauche ich eine sauf für euch ein anvil welchen wasser das kann man bei wood cubes machen da braucht man ja 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 ich bin ja so nee du kannst in der stadt in der stadt stehen diese spinning wheels die äxte und so da kannst du halt dann kräftet muss man irgendwann wieder stadt zurück ist das nummer zu dieser nach westen hier gehen und das schwert anschauen den weiter in ruhe lassen wenn ich nur machen auch gut dann sterben wir noch mal kommen wir haben ja du bist mit radieschen da auch noch angetuckelt gekommen hilfe schon drauf gehen lauf doch nicht so schnell wenn ich stehen bleibe oder bin ich tot immer dieses laufen ach daneben scheiße die alte taktik das klappt super ich brauche mal so ein bettchen wieder nein schafft man nicht das ist das ist das Essen holen gar ich blöde nur ein bisschen geht jetzt aber nicht der kann aus der Pause machen und uns die Welt erlöser zu am Ende die welt wird gespeichert und auch die charaktere hier ist nix queens of lugulon muss ja irgendwas sein hier kann man rein die sehen so ein bisschen hier kümmert die kundige kundige das meinten der ist nachting interesting die vase hält mehr aus als als mein leben also da unten kommen noch mehr da sind wer wolfe und alles beschießlich alles da unten das ist da alles da kam so ein riesiger werwolf und dann kam der feuermage völlig übertrieben man braucht echt ein paar level hier erst mal bevor man da ich glaube wir sind zu weit weg vom dorf wir sind schon im nächsten gebiet wo seid ihr denn jetzt hier seid ihr da reingelaufen ich hab alex hier ist n iron rock ich hab iron lol nice nein nein ich werde von der von der Zugart verfolgt hier ich lauf Richtung Westen zum Fluss und will ihn loswerden ich bin ihn losgeworden wir wollen uns erst mal Pause machen ich hab nämlich hunger nur weil du essen willst weil dann muss ich auch in einer halben Stunde essen und was ist nicht besser ja und dann machen wir halt jetzt eine länger Pause du musst Essen auch noch herstellen und kochen und das dauert es ist doch ein nirgendwo so so weil ich dann in einer Stunde vorm Stuhl und dann auch gut weil man einen Tag geht sich hier essen ja das ist auch die Vorstellung wie Alex hat dich überspitzt ausgedrückt man nirgendwo nicht immer alles so verdammt ernst ist hier gut wo geht's auch zu dem Schwert dahin hier oben übe auf die Wolke dann auf mich doch zum Schwert hin und nochmal Pause ich möchte auf die Wolke ich möchte bitte nochmal beim Schwert einmal sterben willst du auf die Wolke? Kann man da drauf? glaub nicht ja rechts an der Wolke ist so ein Baum der da so hochführt siehste ja dann gehen wir da hoch die ist durchgängig echt? ja ah ich glaub denn oben bei dem einen Boss da war so was weißes drumherum ich glaub das war nur ne Wolke ich glaub das gehörte gar nicht so sicher dass die durchgängig ist? ja da bin ich mir ziemlich sicher ah schon probiert ja weil ich grad bei diesem anderen Boss gewesen sind und da konnte man durch so ein weißes Ding gehen ich dachte das wär die Boss eher hier aber das war wohl Alex lootet alles guck mal das ganze Lootfenster ist voll Alex received Alex received ich jump halt immer hin und Ninja ist dann ja toll hab ich grad keinen Jump Ready ja ja Lukas den Ninja ja spitz alter oh gott hier geht schon wieder so übelst hoch da unten sind Krähen oder so im Wasser du bist tot und rote Wölfe aber die Crows kann man umhacken oh gott tut halt auch nicht zu gestart verboten weiter zum Schwert ich muss das nicht ganz so hoch glauben ne hier muss man springen damit man weiter kommt die Vize-Ruler und so coolen Mann okay mir leidert mich das auch so ein bisschen an ihr habt gepult hinter euch ne doch nicht das in den Bitten wie hieß das noch ach ich hab vergessen wo ist denn der Boss hier der ist weiter vorne noch auch vor sich ist ein Andert und diesen Rot ne die ist nicht das ist ein Blau die können wir oder ja